Willkommen zu Nacht 2. Das ist unglaublich. Ich habe mich wieder drein gewagt, warum auch immer. Hallo, hallo. Wenn du das hörst und du hast den Tag auch gemacht, Herzlichen Glückwunsch. Ich spreche nicht so lange, denn Spritian und Sprint werden eher aktiv, wenn die Woche weitergeht. Es ist vielleicht ein guter Idee, die Kameras zu sehen, um alles zu sehen, dass sich jeder in ihrem properen Platz ist. Interessant, Freddy selbst nicht sehr oft kommt. Ich habe gehört, dass er noch mehr aktiv ist, so, hey, ich glaube, das ist noch ein Grund, nicht zu werden, oder? Ich möchte auch die wichtigsten, die wichtigste Verlust zu nutzen. Es gibt blindspots in die Kameras, die Kameras zu sehen, und die blindspots happenen zu sein, so wenn du nicht findest, oder jemanden, auf die Kameras zu sehen, dann sicher, dass die Kameras zu sehen. Du kannst nur noch ein paar Sekunden reagieren. Nicht, dass du in eine Gefahr, natürlich. die Kameras zu sehen, Also, check auf die Karten in Pirate-Code, von Zeit zu Zeit. Der Charakter in da ist sehr unig, und er wird mehr aktiv mit der Kameras und bleibt auf lange Zeit. Ich glaube, er mag nicht, zu sehen. Ich weiß nicht. Anyway, ich bin sicher, dass du alles unter Kontrollen hast. Talk to you soon! Wege dieser Herren! Ganz ehrlich, ich werde da nie wieder gefrippt. Gekommen, oder? Gekommen. Nach dem ersten Tag. Wer macht denn sowas? Egal für was man Geld braucht, sowas macht man nicht. Da arbeite ich lieber bei McDonalds die Nachtschicht durch. Oh Mann. Weiß ich das nicht mindestens... Oh Junge, nein! Wenn ich das nicht mindestens nachts mit Kopfhörern antut, ist, äh... auch das hier gar nicht erst zu tun. Ja, ich mach das auch hier, ja. Also bitte, ja. Wo ist... Bunny? Wo ist denn der Arsch? Da ist Bunny? Da ist Chicky, oder wie auch immer da ist. Pirate Cove ist ruhig. Er ist weg. Da steht wahrscheinlich vor uns, oder? Ne, da steht er. Der Gute. Bunny. Bugs Bunny. Ist der Name. Da ist aber noch alles ruhig, wahr? Nein, ich hab keinen Schiss, oder so. Wo ist Bunny? Bunny? Wo Bunny ist? Wo Chicken ist? Leck mich am Arsch. Wo ist ich denn? Boah, fick dich, fick dich, fick dich. Alter. Wo ist dieses Scheiß Chicken? Vor dem hab ich am meisten Angst. Wahrscheinlich bei Camp 6. Ich kann's aber leider nicht genau sagen. Der steht noch da. So, dann können wir leider die Tür nicht mehr aufmachen. Und so verbrauchen wir zu viel Strom, verdammt. Was war das? Verdammt, verpiss dich. Oh, hallo. Hallo. My friends. I'll meet you again. Freddy ist noch da. Und der gute Mann ist weg. Und ab 5 Uhr werden wir die Türen zu machen. Das ist mir egal. Wo ist der... Wo ist der Chicken? Wo ist der Chicken? wo ist das Chicken, Alter? Leck mich am Arsch, wo bist du? Das sind beide weg. Ah, das Chiki. Und da ist der wieder. Freddy ist noch da und die Pirate Corp ist zu. Du bist da. Der ist da. Alles gut. Noch. Ich hätte es besser nicht gesagt. Den Chiki ist noch da. Und Pirate Corp ist zu. Mensch, das läuft ja gut. Warum sag ich sowas? Bunny, wieso ist? Jawohl. Ui. Und Chicken hält die Kamera zu. Oder nein, du bist da, ne? Pirate Corp verhält sich ruhig. Und Chicken ist hier. Bist du noch da? Nein. Alter Schwede. Der steht wieder da. Pirate Corp ist zu und Freddy guckt uns an. 20% noch. Und noch zwei Stunden. Das ist nicht gut. wo sind die? Der steht noch da. Pirate Corp man ist fast da. Vandibar wäre wie lange. Die. Der steht noch drei Stunden von Jürgen. Die. Die somebody hat den anderen Hund schlugen. Die Held ist immer noch nicht noch. Die Blatt war es nicht. Und die hat ihr überhaupt nicht. Einfach. Die, das ist der andere Tür. mich tatsächlich erwischt ja ich hab grad meinen gesamtes Equipmentro da geschmissen es hat uns es tut mir leid ach verdammt dieser Bunny der ist uns doch im Ende doch noch wichtig wenn wir auf jeden Fall die Fresse polieren dafür werde ich in der nächsten Folge sollen jetzt können wir nochmal von vorn anfangen verdammt wir waren bei der Stunde ich mache eine Pause wir sehen uns